Lass die hier nehmen. Lass die hier nehmen. Ja, warte. Salate? Ja. Bacon! Hallo? Ich hab mir kurz, äh, Dings geholt. Ähm, bisschen, ey, Kaffee. Bacon! Ja. 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 Ich weiß. Kannst du bitte verlassen? Ja, okay. Ja, okay, Typ. Hm, dann bitte. Ich hab mir einfach die Eltern zu mehr verlassen. Elias, guck mal, was ich hab. Bist du live, Elias? Ja. Ja, Leute, verlass mal bitte. Hallo, können Sie bitte verlassen? Was denn? Warum? Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir spielen. Ach so. Deswegen. Und ich bin eine Odi. Ich bin eine Odi. Ich bin eine Odi in einen kleinen Odi. Zeig. Ich bin eine Odi. Ey, Elias, Elias. Elias, Elias. Das hat eher einen Eldern zum Gegensatz zu der Odi. Ey, Riding Canyon, Dinger. Das Ding ist, ich hab grad zwei, ich hab grad 13.500 V-Bucks. Ich könnte es meinem Kumpel einfach was schenken. Und, ja, du wirst es auch was geschenkt haben, ne? Gib mal, gib mal du. Gib mal du. Ja, kannst du mir was schenken? Hä? Kannst du mir was schenken? Komm, komm, komm. Ey, Digga, jetzt machst du das. Ey, Bro, Bro, schick mal Artisaninen. Du kannst ihn nie nennen. Du weißt schon. Du weißt nicht mehr. Wie bitte? Du weißt ja nicht. Ich mein die Spitzhacke. Die 800er Spitzhacke. In der dritten Reihe. Wie meinst du? Also meinst du diese, die neben diesen Sali und Siddap? Was? Warte, egal, Digga. Elias, kannst du mir auch was schenken? Ja, nimm den Sali und Siddap. Ey, Junge. Das Ding ist, ich hab das nur gemacht, weil er will... Wenn ich sag, dass ich Wibox hab, dann fragt er mich immer, ob ich ihm was schenken kann. Das sagt er immer. Ey, Bro, Bro, komm mal kurz. Guck mal, was ich hab. Ich hab Kaffee, Kaffee. Warte kurz. Schau kurz, warte. Warte, zeig. Warte, zeig. Ich war gerade in meinem Chat, warte. Bruder, das ist Cola. Dieses... Dieses Kaffee. Das ist Cola, Digga. Ich hab ja auch Kaffee drin. Heute wird ein Schüler 6-Stunden-Stream. Ey, Sonny, Sonny. Ey, Jason. Bist du bei... Bist du beim 6-Stunden-Stream dabei? Du schützt's mir auch. 340? Bro, Bro, der hat hier 340 Arenapunkte drauf. Weiß ich nicht. Ja, I-Ilias. Ilias, gib mir, äh, Gummangura. Wir kriegen nur Bots. Ich bin 1. Division. Okay, er macht bereit. Warte, ich mach gut auf. Digga, jetzt sind schon so viele wieder online. Ich, ich lösche... Ich lösche jetzt ein paar Leute. YouTube-Killer-Duo. Nein, nein, nein. YouTube-Killer nicht. Sorry, hab schon gedacht. Digga, den hatte ich auf meinem Ghost-Up-Dorka. Oder auch als Freud. Also, das ist ein bisschen freund von mir. Ja, du kannst ihn ja gleich wieder essen. Mhm. Oder später, wenn ich auch sein will. Nein, 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 nein. Äh. Man darf ich dann auf dem Account zocken? Okay. Steh auf. Fabian. Später, ich will noch ein bisschen hier draufzocken. Jo, okay. So, wenn wir so eine Stunde gestreamt haben, darf ich draufzocken, okay? Wow, dann kannst du nicht mehr livestreamen. Jawohl. Aber Leute, auf jeden Fall. Hm. Schickt natürlich unseren neuen YouTube-Kanal aus. Nein, 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 nein. Den, ähm... Leute, wir sagen euch den Namen von unserem neuen YouTube-Kanal erst. Oh nein! Ja, der musst du aufnehmen. Jason, du musst essen, gell? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich komme später oder morgen online. Okay, tschau. 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 Äh, auf jeden Fall, äh... Und ja, Leute, ich hole noch ein Vendiat Raider-Account. Genau. Für uns beide und dann mit am Arschbuch. Äh, haben wir da... Bei 3.000 Likes aufrufen. Äh, wenn wir da... Auf meinem YouTube-Kanal. Weil wir haben irgendwas mit... Weil wir haben irgendwas mit... Weil wir irgendwas mit 2.000 bei 3.000 Likes aufrufen, Leute. Leute. Hm. Sagen wir euch... Wie unser neuer YouTube-Kanal heißt. Ehm, und ja. Also seid gespannt. Ihr könnt gespannt sein, Leute. Undi, Bro. Und ich hab noch ne Pistel. Ich hab ne Lilia-Penalty aus der normalen Chest als erste Waffe bekommen, Digga. Ich komme, Bro. Da hat wohl einer gekillt. Bro, komm, komm. Komm mal raus, komm raus. Bin da, bin da. Da on me, on me, on me. Da drin, da drin. Ja. Komm mich hoch. Ich... Äh, finde ich... Immer... Ja. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm hoch. Ja, Leute. Komm, ich bitte. Weil ich muss grad meine Chips essen. Scheiße. Ich muss gleich wieder anstellen, Bro. Aber scheiße. Ich weiß nicht, wie das auf meinen Lane-Account geht. Ich muss mal einen toller aufdrinken. Komm mit. Bro, wie findest du so meine Combo? Ja. Ja, wild, wild, wild. Ja, passt. Oder das... Wollen wir mal mit der Community zusammen einen Skill-Contest machen? Ja, ist halt so. Ich hab aufgelegt, weil mein Handy leer ist. Also mein Handy ist kaum noch ausgeschalten worden. Mein Handy hat nur noch Prozent mehr. Handy, du hast dich... Nee, wo ist mir einer? Er hat mich. Bin tot. Aber er kann nicht finishen, glaub ich. Doch, kann er. Hast du, hast du, hast du. Ja! Let's go, Digga. Komm mich hoch, komm mich hoch. Der, wir machen mir heute noch die 1200 in dem Stream voll. Also wenn die Stunde... Wir streamen jetzt noch eine Stunde. Dann darf ich auf den Account zocken. Nein, scheiße, nein, Bro, du kannst ja nicht live streamen. Ach, der ja egal. Bro, du kannst aber dann nicht mehr live streamen. Ja, dann tue ich mich auf dem neuen YouTube-Kanal einloggen. Du gibst da auf YouTube dann deine Telefonnummer ein. Dann kriegst du ein Code. Den musst du dann da angeben. Dann kann ich live streamen und dann... Ähm, kann ich über den neuen einfach live streamen. Nein, erst wenn wir die 600 knacken. Dann noch diesen Account. Und dann machen wir das Privile. Okay? Wie meinst du? Wenn, wie? Guck mal, wenn wir die 3k geknackt haben. Ja. Was jetzt auch schon bald ist. Ich kann mal kurz nach. Ja, guck mal nach. So, natürlich. Wow, du hast auch meinen Namen komplett falsch geschrieben. Was meinst du? Egal. Mir fehlen noch 400. Ja. Und die sollen wir heute in dem Stream knacken, oder wie? Ja. 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 Ich denke. Und dann darf ich auf dem Account zocken. Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich habe keinen Bock, aber ich will es nicht. Okay. Bro, okay, dann müssen wir 3, 3 Stunden machen. Aber, Bro, da muss ich halt auf deinem Account live streamen, dass, äh, die, äh, dass den nicht langweilig wird. Wie meinst du? Wie meinst du das? Du gibst mir einen Account an, ich logge mich da ein, auf die PS hier, über die PS hier. Dann fühle ich auf deinem Account und live streamen gleichzeitig. Hey, oder du spielst auf deinem Dangerous Ball, weil ich gebe die Account-Daten von dem Account niemandem eigentlich. Ja, okay, dann muss ich kurz von, äh, meinem anderen Account, meine Account-Daten kurz ändern. Und was drehen. Was ist? Nichts nicht. So, weil ich schon, ich kriege euch eine E-Mail. Wenn du die von dem Y-Kiss mal FMV. Nein, von einem anderen, ich hab schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Nicht schon diesen hier. Mhm. Och, schaß ich schon. Guck, guck sogar. Ich hab doch, ich kann gar nicht gucken. Oder soll ich mich jetzt einloggen, oder was? Nein. Wie soll ich dann nachgucken? Du bist schon aus Runde gekickt und ich hab auch schon... Nee, ich hab auch schon... Außer ich logge mich in vorne, dann ja. Dann wirst du rausgekickt. Aber es ist dann kannst du auch vielleicht ein Kind machen und dann wird es auch rausgekickt. Ich land, grünes Haus. Äh. Ja, ich land... Land, weißes Haus, Bro. Land, weißes Haus. Bro, what is du denn? Ja, sorry, Digger. Digger, der hat jetzt schon wieder vier Sterne, dieser Account. Wie meinst du? Schon wieder... Schon wieder drei Sterne. Äh, schon wieder vier Sterne. Achso, ja gut. Ist doch gut. Weil wenn wir Level 100 erreichen... Wollen wir uns vielleicht Battle Pass? Ja, und dann haben wir Battle... Wir können jetzt ein gratis Taxifahrerskin da abholen. Zusammen. Wie? Man kann sich zur Zeit ein gratis Taxifahrerskin holen. Ich hab grad einen gepickaxed. Ja, man kann sich zur Zeit ein gratis Taxifahrerskin holen. Ich kann das gleich für uns machen, wenn ich kurz auf den Account dürfte. Nein! Du darfst wieder weg. Hä? Ich lass dich nicht auf den... Ey, Gell, ich hab den gescannt, gell? Bro, Gell. Erstens... Deine Leistung wird dann ausgeschaltet. Kann ich nicht mal live gehen. Ja, dann geh ich halt gleich live. Dann geh ich halt gleich live. Bro, sag mir einfach nur. Okay, ich mach das dann gut. Ich kann das nicht erklären. Okay. Oder ich geb die Epic Games Launcher-Daten... auf der Seite ein. Weil dann wirst du nicht rausgekicken. Da wirst du nämlich nicht rausgekickt. Ich hab trotzdem rausgekickt. Nein, wenn ich mich nicht... Wenn ich nicht in Fortnite gehe, wirst du nicht rausgekickt. Warte, warte. Wie heißt es von Epic Games? Äh... Muss ich gleich nachgucken. Ja, nein, warte. Du musst dich da auf jeden Fall mit dem Epic Games Konto registrieren. Dann musst du da den Namen... Anmelden, anmelden. Ja, da musst du da den Namen eingeben, von dem, mit dem du die Quests machst. Und dann musst du halt Quests machen. Und um den Skin zu bekommen, musst du 60 Level aufsteigen. 60? Wir sind ja schon fast 100. Wir sind ja schon fast 100. Ja, aber du kannst nicht... Aber dein Freund muss auch 60 Level aufsteigen. Oh. Heißt du, wenn du 60 Level aufgestiegen bist, kriegst du den Skin nicht. Sondern du musst noch warten, bis dein Freund auch 60 Level aufgestiegen ist. Wenn... Bis... 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 60 Level, bis ich 110 bin. Mhm. Und ich muss auch 60 Level auch hoch gehen. Ja, dann musst du Level 100 bekillt. Das sind zwei, das sind zwei. Das sind zwei. Das sind zwei. Das sind zwei. Und ich muss noch mal kurz auf den Accounts haben. Ich hab grad Bock auf den Account irgendwie. Warte, lass mal kurz den hier machen. Aber Bro, willst du dann auf unseren neuen Account gleich streamen? Ja. Dann müsste ich kurz dann gleich die Account Daten eingeben. Ja. Wie meinst du? Auf den neuen YouTube Channel? Ja, für den neuen YouTube. Ja, dann musst du deine Telefonnummer angeben. Nein, Lilian. Ich muss meine E-Mail-Adresse eingeben und mein Passwort. Ja, aber wenn ich über PC streamen will, musst du da deine Telefonnummer angeben. Dann wird dir ein Code geschickt. Nein, 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 Bro. Nein, bei YouTube wird das nicht zugemacht. Bei mir ist das so immer. Bei mir war das so. Weil Andy King war, der musste das machen. Also der, der dir den TikTok-Kanal gegeben hat. Ja, weil er das über seine Telefonnummer gemacht hat. Ja. Und ich hab das über meine E-Mail-Adresse gemacht. Ah ja, dann machst du das über E-Mail-Adresse. Stimmt, dann kannst du das ja gleich einschneiden, dann kann ich streamen und dann ja. Komm, 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 komm. Gleich, gleich. Steck ein. Steck ein Schneide. Ich bin auch nicht Schneide. Komm, lass pushen. Sollen wir pushen? Ja, save. Achso, du kannst ja diese Tarnung bekommen, die ich grad hab, ne? Heavy. Ja, du kannst die da freischalten. Mit Quests. Also du musst mit mir Verbindungen herstellen, dann kriegst du den Ladebildschirm. Äh, da musst du noch was anderes machen, dann kriegst du Titane. Äh, da musst du 10 Kills, dann musst du 10 Kills in der Runde machen, dann bekommst du die, äh, Spitzhacke. Nein, halt noch 60 Level aufsteigen. Bei dir low, bei dir low. Hello. Darf ich spielen? Boah, wie alt bist du? Jason! 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 Hä, Jason? Ja. Ist das dein kleiner Bruder, die sie i clap you? Nein. Hä? i clap you? Ja. Wie alt bist du? Ja. 10. 10. 10. Digga, niemals! Niemals, Digga, der hört sich an wie, äh, no front jetzt, aber wie 5. Oder so. Digga, die sprayen nur! Egal, Fabian. Äh, krieg ich. Machst du das dann? Ich spiel dann aber auf, äh, PSC, okay? Äh, ja, aber auf Fabian. Oh, jibs und Digga. Nein. Bro, ich muss doch die E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben von dem YouTube-Kanal. Ja. Mhm. Hier, hier, hier. Ah, Fabian, du musst mir gleich noch die Daten schreiben vom YouTube-Kanal über Instagram gleich. Nein. Doch, weil ich kann mich da nicht einloggen. Du schaust? Hä? Ey, Fabian, darf ich da lieber den Y-Ticket zu meinem FM-Programm? Hm, gleich. Boah! Ich kann mich da nicht einloggen. Können wir normal spielen? Also, Arena. Gleich. Digga, Jason. Digga, I clapp you. Wer bist du? Äh, Elias. das wird auf der ps4 auf dem account ein okay ganz kurzer rühner wie das ist jetzt gut aus das war ganz gut so lange das macht noch eine arena aber ich zog dann gleich über den aura account hast du golfschläger hast du golfschläger jason hast du golfschläger die spitzhacke weil dann können wir gleich die kombo machen mit auch das ist das aus dem shop ja golfschläger aber nicht nämlich nicht aufschalten bis gleich ja bis gleich kann ich euch dann einloggen verwehren doch scheiße der muss man kurz anrufen und fragen ob ich nämlich einloggen darf ja auf jeden fall kann ich dann denkst hier ich wechsle kurz account ich wechsle kurz account